Die Hammertechnik ist eine Technik, die ich grundsätzlich bei kompakten Lebensmitteln wie diesem Rotkohl anwende. Hierfür empfehle ich zum Beispiel ein chinesisches Kochmesser. Alternativ kann ich aber auch ein langes Kochmesser hierfür benutzen. Bei der Hammertechnik ist es wichtig, dass eine gerade kräftige Schnittführung garantiert ist. Hierfür viertle ich meinen Rotkohl, entferne den Strunk, schütze meine linke Hand mit dem Krallengriff und führe das chinesische Kochmesser vorne am Finger in kräftigen Schnitten nach unten. den Strunk, schütze meine linke Hand mit dem Krallengriff und knackern. Schütze meine linke Hand mit dem Krallengriff und knackern. Schütze meine linke Hand mit dem Krallenberg und knackern. Untertitelung des ZDF, 2020